Willkommen bei PowerFoot.fm, wir sind hier aus Los Angeles, Kalifornien, der zweite Tag, der Auftakt der Minister Olympia-Wahle. Wir werden das Golds Gym besuchen und mal schauen, ob da noch zwei, drei Bodybuilder schon rum sind oder ob die vielleicht schon alle in Las Vegas sich am Vorbereiten sind auf ihren grossen Tag in diesem Jahr. Der Oli, mein Geschäftspartner, PowerFoot.tv, wie geht es dir im Moment? Ja, mir geht super. Wir sind gestern hier in L.A., sind jetzt bis am Mittwoch da, bevor wir nach Las Vegas gehen. Ich habe die Olympia-Wahle verschieben, dort einen Fahrbericht machen. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir noch irgendjemanden finden, der sich vielleicht noch am letzten Vorbereitungen machen ist. Ja, dann schauen wir mal, gehen mal liegen schauen. Genau, sind wir gespannt. Also, PowerFoot.tv live aus Venice, aus dem Golds Gym, Kalifornien.